So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ein kleines, spontanes Gewinnspiel dieses Mal. Normal gibt es eigentlich Gewinnspiele immer am Dienstag, wo man dann Zeit hat bis zum Montag der folgenden Woche mitzumachen. Aber Dienstag waren ja zwei Community Raids, alles mögliche. Es war die Woche voll. Jetzt habe ich gedacht, Freitag gehe ich dann relativ früh. Ich möchte euch trotzdem noch was da lassen. Ein verkürztes Gewinnspiel, weil es vielleicht für viele auch gar nicht so interessant ist, dass ihr Zeit von Freitag bis Montag habt, mitzumachen übers Wochenende. Deswegen auch ein kurzes Video, denn wir hatten ja das Weihnachtsevent, wir hatten das Neujahrsevent. Wir haben das letzte Gewinnspiel, was wir gemacht haben, das Neujahrsevoli verlost. Also das mit diesem genialen Zylinder, mit diesem Hut. Fünfmal haben wir das verlost. Fünf Leute gab es, die das bekommen haben. Das haben wir dann vom Samyang-Account immer rübergetauscht. Das hat sehr gut funktioniert. Gerade Evoli, Pikachu sind immer Pokémon, die sich anbieten für Verlosungen, weil viele irgendeinen Pikachu in Shiny oder Eboli in Shiny dementsprechend halt schon registriert haben. Und wenn wir das Evoli verlost haben, möchte ich natürlich auch fünfmal Pikachu verlosen. Also für Leute, die beim Neujahrsevent kein Glück hatten und vielleicht gerne hier so ein Pikachu mit so einer Mütze, mit so einem Zylinder, was jetzt ganz neu drin war, als kostümiertes Shiny haben möchten, dann einfach hier mitmachen bei dem Gewinnspiel unter dieses Video schreiben. Es ist wie immer. Montag, 21 Uhr im Stream wird ausgelost. Diesmal ist Genaya sicherlich da als Gast. Da wird es nicht ganz so lange gehen. Aber 21 Uhr werden wir trotzdem verlosen. Unter allen, die unter dieses Video schreiben, unter alle Kommentare, die folgendes beinhalten. Erstens, wie immer, euer Username, dass man weiß, wer ihr seid. Zweitens, das Neujahrsevent ist schon ein bisschen hin. Wir haben gerade ein aktuelles Event mit den Feen und mit den Drachen. Wie findet ihr das aktuelle Event? Was sind eure Ziele im aktuellen Event so? Und was fandet ihr besser? Dieses fungelnde Fantasie-Event oder das Neujahrsevent? Mal einfach nur eine kleine persönliche Meinung da dazu, weil mich das immer so interessiert. Ist jetzt nicht so wichtig, muss auch nicht so ausführlich sein. Und drittens, das ist dann schon alles der Hashtag Pikachu. So wie er hier geschrieben wird, so bitte dann auch wiedergeben. Achtet auf Groß- und Kleinschreibung, achtet auf Zahlen und Buchstaben, alles weitere. Und ja, dann ist das eigentlich schon alles. Also einfach ein Kommentar unter dieses Video mit erstens, zweitens, drittens, Username, kleine Info und dem Hashtag. Und dann könnt ihr gewinnen, wenn ihr am Montag 21 Uhr im Stream dabei seid, wenn ihr gezogen werdet. Das ist wichtig, um gegen Faker vorzugehen oder irgendwelchen anderen Mist. Hat letztens ja gut geklappt. Einer kam dann irgendwann zu spät, aber wir ziehen dann. Und dann könnt ihr zugucken, wenn wir ziehen. Da ist dann die Auflösung. Das war es eigentlich jetzt schon. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Der eine oder andere wird sich vielleicht trotzdem freuen, über so einen Pikachu oder wenn er selbst eins hat. Trotzdem mitmachen, denn wenn er eins kriegt, ist ja das, was er selber gefangen hat, frei. Sodass er, wenn er mal irgendwas tauschen muss mit jemandem, kann er seins anbieten. Was ja nicht geht, wenn er gar keins hat. So. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Auflösung. Wie gesagt, Montag 21 Uhr bei Chill mit Ramses. Der Stream geht 20 Uhr los. Und 21 Uhr ist dann die Verlosung, bei der ihr bitte anwesend seid, wenn ihr gezogen werdet, dass wir gleich uns ausmachen können, wo ihr euch meldet und wie wir uns gegenseitig kontaktieren. Das war es. Tschüss. Und bis nächstes Jahr. Spaß. Spaß. Tschüss. 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 Tschüss.